Oh, den weiß ich nicht mehr. Sie haben ihn vergessen. Wissen Sie denn noch die Nummer Ihrer Kreditkarte? 3, 7, 1, 5... Nicht auflegen, Vivian. Wir stellen Sie zu einem Verkäufer durch, der sich die Nummer notiert. Vielen Dank für Ihren Einkauf und herzlichen Glückwunsch zu den zauberhaften 14-karätigen Ohrring mit Kunstsaphiren. Für den Preis haben wir sie Ihnen praktisch geschenkt, Vivian. Autsch! Alter, das ist ja furchtbar. Hab ich euch doch gesagt. So läuft das immer. Aber wie können die damit durchkommen? Das ist die neue Zeit. Und die Wissenschaft ist auf dem Stand, den ihr nicht mehr schnallt. Was meinst du damit? Jahrhundertelang haben Alchemisten nach einer Formel gesucht, um Gold herzustellen. Wer das hinkriegt, wird natürlich unendlich reich. Und jetzt liegt die chemische Gleichung direkt vor unseren Augen. Das soll die chemische Gleichung für Gold sein? Allerdings. Typen mit Bares für Gold-Verkaufsschildern knöpfen Leuten wie euch ihren Schmuckmüll ab. Dazu addiert man einen Verkaufssender im Kabelfernsehen und teilt alles durch demente alte Leute. Und das ergibt... Gold. Sag ihm, er soll die Klappe halten, Kenny. Ich bin ein Arschloch, weil ich Mathe kann. Was soll ich sagen? Es ist einfach unglaublich. Wir haben tatsächlich jemanden, der diesen 20.000-Dollar-Kupferring mit Topasen für schlappe 4.000-Dollarchen erhält. Wir haben den Käufer in der Leitung. Soll es ein Geschenk sein, Sir? Nein, nein, das soll ein Geschenk sein. Für meinen Enkelsohn Billy. Opa? Wie wär's damit? Das ist ein brasilianischer Smaragd. E-Pay. Mit dem Begriff E-Pay anstelle des endlos langen Begriffs E-Z-Pay sparen wir so eine ganze Sekunde ihrer Zeit und das summiert sich. Versuchen Sie's mal, sagen Sie 5000 mal E-Pay. Das sind 5000 Sekunden. 5000 Sekunden sind 9 Stunden, die wir hier bei J&G Shopping Network für Sie rausgeholt haben. Wir verschwenden keine Zeit und es wäre Verschwendung, sich dieses Schmuckstück nicht zu kaufen. Kaufen Sie's als Geschenk für Ihre Kinder oder Enkel. Zeigen Sie mir, wie erfüllt Ihr Leben war. Opa? Hast du das gesehen, Billy? 14-karätiges Gold mit einem echten Smaragd. Das würde deiner Schwester bestimmt gefallen. Nein, Opa, sie mag keinen Schmuck. Im Augenblick vielleicht noch nicht, aber eines Tages wird sie mir dafür danken. Ich meine, jetzt ist sie ja wohl noch ein Baby. Sie ist kein Baby mehr, Opa.